Mama denkt auch, ich esse das ein Junge. Ich denke irgendwie auch, dass ein Junge. Oh, jetzt hat er ein Korn genommen? Guck mal seine Ohren an, die hat er voll nach hinten mit so was angekessert. Schau mal, jetzt hat er extra ein Korn genommen. Ne, putz ihn noch ein bisschen. Ja, jetzt ist er fertig mit Futter. Darf ich essen? Jetzt ist er glücklich. Sein erster Korn hat lecker geschmeckt. Und hat sein Name auch immer weiter raus. Was, der hat schon noch ein Korn wegge... Da fühlt es ganz lecker. Ja, er ist die Haferflocke, wie süß. Ich esse den in den letzten. Das ist auch eine Haferflocke. Aber jetzt wird mir noch so ein bisschen zu prallen.